ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben einen Scharfschitz mit eurem Apparatur Achtung, wir haben das Einsatzziel verloren Ich wiederhole, wir haben das Einsatzziel verloren Over So, wer noch ein Ja, natürlich irgendeiner mit einem Sturm Das tut mir natürlich Gott Oh, noch ein Rampensziel WTF Okay Saubere Arbeit Das Einsatzziel wurde erobert Okay Okay Gut Gut Ich bin gerade von Meter Ich bin gerade von Meter Oh, ich bin gerade Oh, Alter Oh, mein Gott Ich bin gerade von Meter Ich bin gerade von Meter Ich bin gerade von Meter Wir haben das Einsatzziel verloren So So Na komm Oh, hey hey Da werdet ihr nicht mehr snipe Das geht nicht mehr so schnell Ich war nicht mehr so schnell Ich war nicht mehr so schnell Ich war nicht mehr so schnell Nein Nachbar G Guck mal Wow, der Fluchs Okay, das war alles jetzt schon schön Wir hatten jetzt noch nie wieder Gehen Kann ich denn eigentlich so schnell Keine Ahnung, das wird uns mal so schnell Ja, wow Tatsächlich Vergessen Gehen Ich hoffe nicht Keine Schuss Wie ihr jetzt guckt Habe ich sein Snappergewerb Zeig dich Wo Was war das? Wo Was war das? Los, Bewegung! Was waren die? Bugs Buggy Der Hack Okay Ich habe neue Ausrüstung Laserpointer Ich glaube, Laserpointer ist sowieso nicht so toll Checklight Verrate ich meine Position zu nicht schnell Hm Naja, ich mache am besten gar keines Verrate ich meine Position gar nicht Und E-Wett So Scheiße, wir haben das Einsatzziel verloren Power Mod Deine Also Mann Du Gehen He Ah Ich很快 Schauen � Ich 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 Ein Ich 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 SC sozusagen ich habe ihn ich hab ihn jetzt hat er einen Triple Kill oder was ja ich hab's gesehen also wie wir jetzt gerade alle Blutpunkte drehen liegt alles an dir ohne Witz gerade lief noch alles toll als du nicht da warst und jetzt auf einmal jetzt muss ich den MG auspacken alles deine Schuld boah ist der geil machst du damit gerade auch wenigstens irgendwas unvolles wie zum Beispiel Leute wegbaggern Hilfe bei Kill25 ey das finde ich nicht nett beim Bagger ich bin gerade beim Bagger weggefahren vom E und jetzt was bewacht ich E auch wenn E den Fein gehört oh mein Gott ok kurz über reagiert aber ich hab meinen G das läuft der Typ hat mich einen Schuss gesetzt das läuft fuck BAM Kopftreffer jawohl ich hab's zu Comeback und all so'n Scheiß das ist der Todel das ist der Todel oh mein Gott oh da war oh es hat nicht noch einen und michi er war links da 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 ist ein Gegner irgendwo nein oh mein Gott ja da war ein Gegner und der Gegner hat mich getötet ich hab einen Kill geklaut aber Eiskill jetzt oh mein Gott ich seh nur einen Gegner weil ich noch ohne Scheiß bis ich Belfit drauf hab ja ja naja gut das wir ja noch ein paar Jahre leben haben was ich hab ja geplagt mit 80 zu sterben so in 3 Monate so ja so am herr du mit 18 ist das Leben zu Ende oder spästens wenn du ein Kind hast dann ist das Leben zu Ende hm das ist ein interessanter Gedanke hallo das sehe ich an meiner an meiner 30 jährigen Pfarrerweiterin die hat sich äh äh hat sich halt äh äh hat so Streitigkeit mit ihrem Freund gehabt schon jetzt äh hat sie halt ein Kind und keine Ahnung jetzt muss ich alleine ist ja das ja hallo so ist so läuft das ja so läuft das ne wie äh ist jetzt eine Leine ne und jetzt hat sie halt überhaupt kein äh hat halt kein Bock zu hause zu sitzen ne feiern oh 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 okay wir haben eine feindlichen Smeinwahl im Einsatzgebiet gesichtet die Leute verstecken sich alle hinter Felsen Hilfe und hier fliegen Steine in der Luft genau da ich hab also sie fliegt grad einen Stein vor der Luft und da ist gerade einer Werden der falsch gemacht gesperrt und nächstes gestohlen das ist echt ein grausame Tröp hey 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 siehst du noch etwas? Ich hab keinen Knall! Lebst du noch? So lebst du. Warum lebst du? Mann! Vertreib die Fische hier! Schieß nur mit deinem Geh drauf, inwiefern da vertreibt man einen Fischer? Da ist ein Geh, da ist ein Geh, da ist ein Geh Aua, Aua, ja, da ist ein Geh Und da ist ein Geh Warum verlieren wir? Wir haben fast alle Punkte What the fuck Fuck ey, was zuck ich denn so? Du zuckst, aber zuckst du Fuck, ich treff ihn einfach nicht Ja, ich hab zu gut Hilfe bei Kill 46 Was hab ich denn? Ich hab 3,9 Überhin, da haben wir ein 3er Überhin, überhin Hallo damals bei Varok, da war das alles ganz anders Hei, Liga Varok war glaub ich auch noch ein bisschen anderes Spiel, wo man auch mit dem Motorrad hüpfen konnte, ja Hüpfen Ich meine, man könnte mit dem Motorrad hüpfen Das hat das Das hat das swag Ja, das hat total swag Swag am Arsch hat mich Ich weiß nicht genau, ob das weh tut, aber ich hatte auf jeden Fall Zweck Na komm, Team wechseln Okay, ich kann das Team nicht wechseln, Kamer Das muss ich jetzt leider bekämpfen Oh Oh Das wärs traurig Ja Okay, da kannst ich jetzt Zweipen Hä Ja, das wollen wir Wirklich Camp Was ist das? Die größten Lubis Hey, ich gewinne! Oh, mir gefällt das Team Glückwunsch Ah, eh Ne, ich bin C So, C So Ja, warum gewinnt ihr jetzt eigentlich? Wir haben die ganz, waren irgendwie grad die ganze Zeit zur Oberhand Oder? Ja, dann hast du wahrscheinlich das Team gewechselt und nicht ich Das kann natürlich durchaus sein Dann will ich natürlich das Team gewechselt So Ne, warte, ich hab das Team gewechselt Weil ich bin jetzt Russer Ah ne, warte, ne Doch, ne Du hast das Team gewechselt Ja, dann hab ich das Gewechselt So Kompetenzlevel niedrig Ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung Boah, ich hab den Gegner getötet Oh, es läuft Ich hab mich gestorben Kann ich ins Team wechseln? Vielleicht gar nicht Michael, sag mir, wie ich das Team wechseln kann Äh, du musst bei Squad, äh, hier wenn du halt Team wechseln Squad Team wechseln Ja Ich hab das Team gewechselt Welchem, äh, welchem, äh, welchem Squad bist du? Ich bin Squad Golf Ich bin dran Ich bin dran Ah, okay, kann ich spawnen Das ist ziemlich lebendig, dass man das jetzt so gewechselt hat, dass man trotzdem noch den Sieger-Team, äh, spawnen kann Ah, ich glaub, da fährst du deine... Nein, das ist wirklich Ah, keine Ahnung, was du da fährst Ich hab auf jeden Fall einen Panzer Glückwunsch Boah, ich kann dir... Warte, 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 bleib stehen Ich komm in deinen Panzer rein Ja, chill So, ich bin drin Läuft Panzer Äh, schade Flugzeug Ich hab mit dem Ich hab mit dem Schade Flugzeug Schöpala, fucka Oh, warte, alter Äh Haben wir Oh mein Gott, ich warst ja auf uns schieb Luftabwehr Luftabwehrpanzer Luftabwehrpanzer Luftabwehr, ja Luftabwehr Wie? Ich sag ja, das Spiel ist voll unrealistisch Ne, ne, wieso wäre unrealistisch Ich glaub schon, dass das möglich ist, aber trotzdem Alter, das ist nicht Steht auf dem Hügel Steht auf dem Hügel Steht auf dem Hügel Uh, Panzer und Zeugner neben mir Das hinter mir Oh mein Gott, das Heli Panzer Achtung, Einsatz ziel ist neutralisierend Grossbeat Flüte Glitzer Oh mein Gott, hier hat jemand Oh, was ist denn das da? Das nehm ich mit Erstmal die Light-Chain Erstmal die Light-Chain Was hab ich dafür jetzt mit Sniper abgelegt? Ne, 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 ne So läuft das hier aber nicht Ich kann nur meine Primärrappe ablegen, sonst find ich schade Ich bin tot Krass Der Granat hat mich gefickt Diese Geschichte werde ich mal meinen Enkeln erzählen So episch ist das Oh, da ist ein Bagger Bagger, 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 Bagger Ich hab grad ein Team samt seiner Fahrer getötet Und zwar mit einem MG, dem ich die ganze Zeit wie Rambo draufgeballert hab Und da ist schon wieder Und da war ein Gegner, den ich vorher gesehen habe, dann irgendwie nicht mehr gesehen habe Okay, oder das war auch nicht der Das war ein anderer Also wir haben noch Bs, ne Alter, wir haben ja nur noch B Scheiße, ich will dich verlieren Und B verlieren wir gleich Alter Wir müssen irgendwie Punkte wieder einbauen Das Gefühl ist Da bist du Ich seh dich Alter, die ganzen Explosionen Gehen wir zu A? Oder so Bist du schon fast bei A? Ich seh ich Ich seh auf jeden Fall keine Gegner Aber ja, ich geh zu A Bei B sind irgendwie Gegner Aber die sind sowas schon zu gut zu verteidigen Nehme ich Oh mein Gott Ich wär das mit irgendwas beschossen Ja, an dem Hegen Super Ja Fenner Der Typ ist in dem Jeep gespott Oh mein Gott, das ist ein Panzer Oh mein Gott, der erste Panzer kam Aber er ist auch unbemannt Oh, komm schon Dann snack ich mir Ich bin gerade auf Krieg Dann snack ich mir Snacken 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 Ich hab'n Jeep Ich hab'n hier Warum schießt du auf mich? Ich schieß nicht auf dich Ich weiß nicht auf den Hegen Oh mein Gott Okay, jetzt haben wir den Jet Am Hals Ist, ist Assi Oh, ist es Oh mein Gott Oh mein Gott, mein Panzer wird bombardiert Ja, dann sollten wir Weg hier, Karl Weg hier Ich bin markiert Dazu ist mir, weil wir sterben Oh mein Gott Hinterliegenfelsen Wir sollten irgendwie weg hier Du bist laut? Ja Da ist ein Panzer im Wasser Ja, wir haben es geschafft Ja, ich werde von überall abgeknallt Er ist Panzer Er ist von der Flugzeit Rosebeef Wüßen Pizza Weißt du, wo der ist? Äh, im Wasser? Nein, weißt du, woher das ist dieser Sprung? Ach so, ach so, ach so, ach so Das Ja Ja Spongebob Yeah Okay, ich werde abgeknallt Oh mein Gott Nein Bitte mich nicht Egal was Wer Ich werde wieder bombardiert Komm Karl, wir schwimmen zu E E finde ich super So 300 Meter schwimmen Läuft Klar, du bist ausgewählt der Navy's hier Die musst du so schwimmen können Oh, Panzer 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 Ich habe 7,15 Jetzt habe ich 0,5 ungefähr, ne? Läuft Ich habe 14,13 Es läuft grad irgendwie nicht, oder? Kann sein Du schwimmst Wir verlieren gerade die Ja, aber es ist ein bisschen traurig Achtung, das Einsatz C wurde neutralisiert Oh Ich kann nicht spawnen während du schwimmst Okay, ich bin mal bitte bis ans Ufer Das brauche ich dir Na, mache ich Das sind noch 170 Meter Bum, 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 bum Wir verlieren gerade A und gewinnen aber gerade C und E Okay, jetzt kannst du ein Wasser Jetzt bin ich bei E zu E gelaufen Jetzt muss ich zu D Na, geh erstmal zu Ikea erstmal an Damit du dir das brauchen kann Und links von dir das Gegner Links von dir ist ein Gegner Dings Michael Was ist links? Wo ist ihr links? Wo ist ihr ein Gegner? Da Den habe ich gerade mal hier Sniper gesichtet, over Im Wasser Im Wasser Röst wenigstens Ähm, nö, du Ich versuch's ja Aber es ist schwer mit einem Scheiß Mit einem Scheiß Scheiß Stromgebär zu zielen Auf ein Ziel Das Keine Ahnung wie weit weg ist Ich habe ihn getroffen Ja Was ist los Wir haben gerade das Einsatzziel verloren Bam, ich habe ihn getötet Okay Ich habe einen Bonus für Sichtung bekommen Ich hab einen Bonus für Sichtung bekommen Ich habe auch Ja, teller me Ja Ich verspatter Ich bin ein bisschen geblieben Aber ja, gerade eh Holy Ich werde ihn explodieren Na ich habe gerade Das ist ein Freund Wir verlieren gerade Day Aber wir verlieren gerade Ja wir verlieren Oh mein Gott das war ein kampf auf leben und tod übrigens wir haben gerade oder ich habe zu uns gerade erst neu angefangen mich ist einfach scheiße weil er dieses spiel spielt so sieht es aus herzlich war ja gut bis zur nächsten folge ja haut rein